Meine Güte, jetzt kommt Besuch. Schnell weg mit den paar Krümeln. Bis ich mit dem Staubsaugen anfange, bin ich mit dem Lifehite schon fertig. Für zwischendurch den Lifehite. Und die Krümel sind weg, ehe der Besuch reinkommt. Lifehite Container für zwischendurch. Jetzt neu mit dem praktischen Einhandcontainer. Lifehite. Mutti, sind die Toaste knusprig. Und frische Semmeln am Abend. Toll. Und getoastetes Graubrot. Ja, mein Siemens Automatik-Toaster mit seinen vielen Extras. Auch für Brötchen und für lange Brotscheiben. Alles wunderbar knusprig. Der schmalste Toaster, den es gibt. Das Geschenk mit dem gewissen Extra. Ein Name hält Wort. Siemens. Moulinex Dosenöffner. Moulinex Dosenöffner. Der Moulinex Dosenöffner öffnet alle Dosen elektrisch leicht. Und sein Messerschärfer hält alle Messer schneide scharf. Qualitätsurteil gut. Für den elektrischen Dosenöffner von Moulinex. Morgen gibt's die neue Tina. Tina bringt wieder viel Mode in Farbe. Mode, die man tragen kann. Mode, die schlank macht. Mode, die auch innen steht. Außerdem Rezepte, Tipps und viel Unterhaltung. Tina gibt's jede Woche neu. Jeden Donnerstag ist Tina-Tag. Also, morgen Tina. Haarausfall beginnt immer ganz harmlos. Aber gegen Haarausfall können sie etwas tun. Mit dem Konzentrat Neo-Silvicrin. Mit der Pipette für die gezielte Anwendung. Jeder Tropfen Neo-Silvicrin hat die Kraft, jede noch lebensfähige haarbildende Zelle zu aktivieren. Neo-Silvicrin. Jeden Tag. Sag dem Abenteuer, dass ich komme. Das ist die Stunde, wo ein Mann aufbricht in das große Abenteuer Weite. Pure, klare Frische. Sia Irisch-Moos von 4711. Es sind die neuen Frauen, für die CD gemacht ist. Zum Beispiel Jill Sander, erfolgreiche Modemacherin aus Hamburg-Pöseldorf. Sie lehnt alles Modische ab und verfolgt eine klassische weiche Linie. Auch bei ihrer Körperpflege. Sie nimmt CD, die milde Pflege für empfindliche Haut. Weil CD nur hautfreundliche Bestandteile enthält, die beruhigend mild pflegen. CD gibt es als Seife, Schaumbad und Duschbad. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD. Die Ölsuche zwischen Eisbergen vor den arktischen Küsten Kanadas erfordert ganz ungewöhnliche Methoden. Damit driftende Eisberge den Bohrschiffen und Plattformen nicht zu nahe kommen, arbeiten die Männer auf ihren tausende PS-starken Schleppern rund um die Uhr, um die radarüberwachten Eisgiganten regelrecht wegzuschneppen. Und so den Weg freizuhalten zum Öl von morgen. Es gibt viel zu tun. Packen wir's an. Also, Gentlemen, für den Coup brauchen wir ganz spezielle Autos. Zunächst was Flinkes, Kompaktes. Dein Job, Albert. Kali organisiert ein Allround-Auto. Du, Luigi, sorgst für einen Wagen mit großem Kofferraum. Si, Professor. Mai Tai, du kümmerst dich um was Rasantes. Heim! Und du, Bruno, darfst das Fluchtauto besorgen. Ja, fein, Bas. Mit Platz für uns alle. Ein Polo, ein Flotterflitzer. Den kenn ich, das ist der Wolf. Eine Jetta, Kofferraum riesig. Welche Loko, Flotterl-Spoltwagen. Wo bleibt Bruno bloß? Er kommt schon noch. Ich glaube, ich höre was. Habe die Heere, Herr Professor. Platz ist genug, Boss. Ist der Passat von... Ich weiß. Von Volkswagen. Volkswagen. Da weiß man, was man hat. Das Haus, das seit 300 Jahren ein Begriff in der Welt des Genießens ist, birgt auch für besonderen Kaffeegenuss. Mit Dallmeier Prodomo. Feinste Hochlandgewächse, schonend veredelt, von Reizstoffen weitgehend befreit und bei vollem Koffein zu einem spitzen Kaffee vollendet. Dallmeier Prodomo. Für mich im Geschmack unvergleichlich gut. Dallmeier Prodomo. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Im Restaurant Tantris schwört man auf Uncle Ben's Reis. Man muss ständig neue Ideen haben, um seine Gäste zu verwöhnen. Reis ist eine absolut tolle Beilage und harmoniert zu vielen Gerichten. Beispielsweise als Gemüsereis. Wichtig dabei ist, dass der Reis locker ist und einen Wohlgeschmack hat. Und dafür gibt es für mich nur Uncle Ben's. Super. Schaut gut aus. Finden Sie nicht auch? Spitzenköche schwören auf Uncle Ben's Reis. Na bravo, schmutzig und bunt. Wie wird das wieder sauber, ohne dass die Farben verblassen? Nicht mit jedem normalen Vollwaschmittel. Dafür gibt es jetzt das neue Liss. Das neue Liss hat Vollwaschkraft mit einer speziellen Formel für Farbschonung. Damit nicht, wie oft bei normalen Waschmitteln, die Farben verblassen. Sauber waschen beide, aber die Farben machen den Unterschied. Oh! Das neue Liss packt den Schmutz und schont die Farben. Das neue Nivea von Man Aftershave. Das neue Nivea von Man Aftershave. Das neue Nivea von Man Aftershave. Balsam. Neu. Nivea von Man Aftershave-Balsam. Burdermoden, Mode der Welt. So einfach und schnell selbst gemacht. Kein Wunder, dass Burdermoden die größte Modezeitschrift der Welt ist. Das Erfolgsgeheimnis, der berühmte Burdastil, das Gespür für Mode und die fantastische Passform der Schnitte. Burdermoden, zeigt, was Mode ist. Kann der Peter morgen überhaupt sein Geburtstag feiern? Ich glaube schon. Denn er kriegt jetzt eine wirksame Medizin gegen seine Erkältung. Unser gutes Vigvaporub. Vigvaporub tut gut wie ein wärmender Umschlag. Die heilsamen Dämpfe befreien die verstopfte Nase und lösen den Husten. So, ich glaube, wir können morgen Geburtstag feiern. Oh ja, Mami. Vigvaporub, gute, wirksame Medizin. Aus Friedrichsruh, dem Sitz derer von Bismarck, kommt der feine, klare Kornbrand Fürst Bismarck. Der fürstliche Klare wird nach Originalrezept nur aus Roggen und Weizen fein gebrannt. So entsteht in der fürstlich-von-bismarckschen Brennerei ein Kornbrand von echtem Schrot und Korn. Fürst Bismarck, der fürstliche Kornbrand. An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Die Visionäre. Die Querdenker. Die, die sich in kein Schema pressen lassen. Die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln. Und sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren. Weil sie Dinge verändern. Weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind zu denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun. Es gibt Leute in der Welt, die halten die Deutsche Post für ein kleines deutsches Unternehmen. Ungefähr so groß, dabei sind wir in Wirklichkeit New York. The Big Apple. Warum ich hier bin? Sehen Sie diese Wagen? DHL und Global Mail. Diese beiden Firmen sind zwar nicht gelb, aber zusammen sind wir jetzt trotzdem ein starkes Team. Und das ist gut für unsere Kunden. Denn wir sind so noch leistungsfähiger geworden. Nicht nur in den USA, sondern weltweit. Die gehören übrigens nicht zu uns. Obwohl sie gelb sind. Das war's für heute. Beugen Sie der Arterienverkalkung vor. Beginnen Sie jetzt mit Quai Knoblauch-Tragés. Jeden Tag Quai. Piraten! Käpt'n Iglo! Weltkanonen, Schüsse krachen, wilde Piraten gierig lachen, entern sie das Schiff und schreien, laut Gold oder leben. Gib mir dein Gold! Hey, gib mir all dein Gold! Da ist es schon. Probier mal! Meine knusprigen Fischstäbchen aus saftigem Seelachsfilet sind goldrichtig für alle, die groß und stark werden wollen. Hurra! Äh, Mann, das sind doch UK Professional Batterien. Warum nimmst du denn die? Ey, Mann, ey, weil die UK Professional lang hält. Das ist das Einzige, was für mich zählt. Äh, und, äh... Und jetzt abgaben. Ja, war ja nur eine Frage, ne? UK Professional. Jetzt sogar ganz ohne Quecksilber. Achtung! Bei Praktika gibt's jetzt 50% auf viele tausend Restposten und Auslaufmodelle. Also 50% auf alles mit dem roten Punkt. Aber nur bis Samstag. Praktika. Hier spricht der Preis. Warum hat Campina Leichtgold den vollen Buttergeschmack, aber nur 25% Fett? Mh, was für ein Genuss. Voller Buttergeschmack. Mit nur 25% Fett. Campina Leichtgold. Jetzt im Butterregal. Teatro Greco, Taumina, Sizilien. Kein Strom, keine Steckdosen, keine Kabel. Der perfekte Ort, um online zu gehen. Denn ein Notebook mit Centrino, Intels Mobiltechnologie, lässt Ihre Freunde an Ihrem Urlaub teilhaben. Online und ohne Kabel. Intel Centrino Mobiltechnologie. Was kostet denn so ein Chickenburger? Ein Euro. Eine Coke? Ein Euro. Der Kartensalat? Ein Euro. Deine Handynummer? Ein Euro. Alles zum Mitnehmen, bitte. Jeden Tag, das ganze Jahr, das McDonalds 1x1. 11 Produkte je einen Euro und verbindliche Preisempfehlung. Ich liebe es. Familie heimst 452 Freistunden im Monat ein. Heft ist da. Jetzt mit Mega-Saison-Poster zum Selbsteintragen. Spieltag für Spieltag. Nur 3,90 Euro. Sportbild. Ohne geht nicht. Er holte 25 Grand Prix-Siege. Er wurde dreimal Weltmeister. Er ist eine Legende der Formel 1. Doch er wird nicht eher ruhen, bis er seinem vorlauten Sohn gezeigt hat, wo der Hammer hängt. Formel 1 2005. Das Spiel der Profis. Originalstrecken. Alle Teams. Echter Speed. Jetzt neu. Nur auf Playstation 2. Bis zum nächsten Mal.